Hallo Leute! Willkommen bei Learn German Easily. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Ich beschloss ihm zu vergeben. Klaus war ein guter Vater. Nach und nach begann ich den Verrat zu vergessen. Bis ich ihn erwischt habe mit dem Hausmädchen. Wie konntest du nur? Du hast geschworen mir nie wieder fremd zu gehen. Schatz, es ging um das Kindermädchen, nicht um das Hausmädchen. Ich beschloss, dass ich es endlich genug war. Ich habe meinen Sohn genommen und wollte zu meiner Mutter fahren. Du irrst dich. Es gibt meine Bedürfnisse, aber es gibt unserer Familie. Ich mag es nicht, nur mit einer Frau zu leben. An diese Situation musst du dich gewöhnen und damit leben. Ich sagte, ich reiche die Scheidung ein. Und das hat Klaus wütend gemacht. Drei Monate vorher. Marco, wo bist du? Ich habe meinen Sohn im Kleiderschrank gefunden. Marco, was machst du hier? Ich spielte mit dem Kindermädchen verstecken. Aber das Kindermädchen sucht nicht nach ihm. Sie schlief mit meinem Mann direkt im Kinderzimmer. Klaus war auf den Knien und flehrte um Vergebung. Lass uns unsere Familie bewahren. Das Kind braucht eine Mutter und einen Vater. Meine Mutter zog mich allein auf, sodass mein Mann meine Schwäche kannte. Ich beschloss, ihm zu vergeben. Klaus war ein guter Vater. Wir haben das Kindermädchen gefeuert und mit unserem Leben weitergemacht. Ich beobachtete, wie mein Mann Zeit mit unserem Sohn verbrachte. Er ging mit ihm angeln. Er brachte ihm das Fahrradfahren bei. Und las ihm Bücher, bevor er ins Bett ging. Nach und nach begann ich den Verrat zu vergessen. Bis ich ihn erwischt habe mit dem Hausmädchen. Wie konntest du nur? Du hast geschworen mir nie wieder fremd zu gehen. Schatz, es ging um das Kindermädchen, nicht um das Hausmädchen. Ich wollte meinen Sohn nehmen und weggehen, aber Klaus stand mir im Weg. Er nahm ein Familienfoto von der Wand und zeigte darauf. Das ist es, was unser Sohn sehen sollte. Unsere Probleme gehen ihn nichts an. Möchtest du die Erfahrung deiner Mutter wiederholen? Möchtest du, dass unser Sohn von seinem Vater getrennt aufwächst? Unser Sohn liebt seinen Vater sehr. Ich hatte Zweifel. Wenn ich ihn seinen Vater wegnehmen würde, würde er mich dann genauso lieben? Für meinen Sohn ertrug ich weiterhin meinen Mann, der nicht aufhören wollte, mir fremd zu gehen. Dann war noch die Lehrerin unseres Kindes. Aber ich toleriert es weiter. Denn mein Sohn war froh, dass sein Vater ihn von der Schule abholt. Eines Tages bin ich nach Hause gekommen und habe Marco weinend gefunden. Mein Vater sei vor eine Stunde zur Nachbarin Lisa gegangen. Mein Vater sei vor eine Stunde zur Nachbarin Lisa gegangen. Ich beschloss, dass ich es endlich genug war. Ich habe meinen Sohn genommen und wollte zu meiner Mutter fahren. Aber mein Mann verlangte, dass ich nach Hause zurückkomme. Er hat nicht einmal geleugnet, dass er mit der Nachbarin geschlafen hat. Du irrst dich. Es gibt meine Bedürfnisse, aber es gibt unserer Familie. Ich mag es nicht, nur mit einer Frau zu leben. An diese Situation musst du dich gewöhnen und damit leben. Ich sagte, ich reiche die Scheidung ein. Und das hat Klaus wütend gemacht. Ich lasse nicht zu, unsere Familie zu ruinieren. Ich werde niemals zulassen, dass du mir meinen Sohn wegnimmst. Mein Sohn bleibt bei mir. Wenn du weggehen willst, dann geh bitte. Ich werde eine neue Mutter für ihn finden. Ich war mir sicher, dass das Gericht auf meiner Seite sein würde. Aber Klaus hat alle Frauen, mit denen er mir fremdgegangen ist, mitgebracht. Damit sie gegen mich aussagen. Sie behaupten, ich sei eine schreckliche Hausfrau und eine schlechte Mutter. Und dem Kind wäre es bei seinem Vater besser. Ich versuchte zu erklären, dass sie die Geliebten meines Mannes waren. Aber Klaus begann wieder, Familienfotos zu zeigen. Euer Ehren, wann hätte ich denn Zeit gehabt? Ich habe mich doch um meinen Sohn gekümmert. Euer Ehren, wann hätte ich denn Zeit gehabt? Ich habe mich doch um meinen Sohn gekümmert. Ich habe dem Gericht erklärt, dass meinem Mann unser Sohn egal sind. Er möchte nur die Vorstellung einer glücklichen Familie haben. Das sind nur Worte. Beweise es doch. Das Gericht forderte mich auf, meine Worte zu beweisen. Frau Hoffmann, haben Sie Zeugen für Ihre Anklagen gegen Ihren Mann? Nein, leider nicht. Nun, ich gebe Ihnen eine Woche Zeit, um Ihre Worte zu beweisen. Sonst, das Gericht wurde nicht auf Ihrer Seite sein. Es sind sechs Tage vergangen und ich kann nichts tun. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Sohn von mir getrennt leben wird. Morgen wird das Gericht definitiv zugunsten von Klaus entscheiden. Zu dieser Zeit kam das Kindermädchen ins Haus. Warum bist du letzte Woche nicht mit den Geliebten meines Mannes gekommen? Ihr habt mein Leben ruiniert. Warum bist du letzte Woche nicht mit den Geliebten meines Mannes gekommen? Ihr habt mein Leben ruiniert. Beruhigen Sie sich, Frau Hoffmann, ich bin heute für Sie da. Beruhigen Sie sich, Frau Hoffmann, ich bin heute für Sie da. Wie ist das? Ich verstehe dich nicht. Morgen werde ich mit Ihnen zum Gericht kommen und meine Aussage machen. Dann wirst du alles verstehen. Der nächste Tag Frau Hoffmann, haben Sie Zeugen, die Ihre Aussage bestätigen können? Frau Hoffmann, haben Sie Zeugen, die Ihre Aussage bestätigen können? Ja, ich habe. Ich habe die Zeugin gefunden, die mein Mann vergessen hat. Das Kindermädchen. Unser Kindermädchen hat gestanden, dass sie mit Klaus' Baby schwanger war. Als er fuhr, dass sie schwanger war, verlangte er von ihr Abtreibung zu machen. Und verbot ihr, sich ihm zu nähren. Er sagte, er habe bereits eine Familie. Und die Leute würden das nicht verstehen. Die Richterin hat sich auf meine Seite gestellt. Klaus und ich haben uns scheiden lassen. Und ich habe ihn auf sein gesamtes Vermögen verklagt. Aber das Wichtigste ist, dass mein Sohn bei mir geblieben ist. Vergiss nie! Eine ganze Familie bedeutet nicht, eine ganz glückliche Familie. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren. Ich hoffe, Sie sehen uns auf jeden Fall. Ich hoffe, es geht mal! Bis zum nächsten Mal.